Klimaschutz ist für uns genauso wie für unsere Kunden Top-Priorität. Wir werden bis 2030 unsere CO2-Emissionen um 75 Prozent reduzieren und spätestens bis 2040 sind wir klimaneutral. Seit Anfang des Jahres haben wir 350.000 Kunden in der Stromgrundversorgung umgestellt auf Ökostrom, ohne dass sie es gemerkt haben. Also sie sind heute schon klimaneutral unterwegs. Wir haben letztes Jahr 60 Elektrofahrzeuge angeschafft, werden dieses Jahr 20 weitere anschaffen und somit perspektivisch unsere komplette Fahrzeugflotte CO2-neutral gestalten. Klimaneutralität ist der entscheidende Wirtschafts- und Standortfaktor. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Damit beschäftigen sich unsere Kunden gerade sehr intensiv. Wir sind strategischer Partner bei dieser Fragestellung, können dort auch helfen, wollen dort auch helfen und freuen uns auf die Gespräche mit unseren Kunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus zum nächsten Mal. Annet, hinten ungefähr